Ja, servus zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu meiner Playlist vom Bergwanderer zum Bergsteiger. Ihr wisst, die Playlist mit Tourenvorschlägen von mir, wie ihr das Niveau von T3 auf T4 hochschrauben könnt. Heute haben wir uns einen Berg ausgesucht, einen absoluten Klassiker für die Münchner, und zwar die Brescherspitz. Da habt ihr schon mal den ersten Blick hier gipfelt. Es ist ein ganz kleines bisschen mit den Wolken. Wir hoffen aber, dass uns das nicht viel ausmacht und die Tour geht heute über den Ostgrad. Dann wünschen wir euch schon mal viel Spaß dabei. Also was Höhenmeter und Kilometer angeht, ist die Tour tatsächlich relativ zahm, verglichen mit der Eipelspitz. Eher so im Niveau wie Leonhardstein. Aber es gibt zwei Gründe für die Auswahl. Erstens, die Tour ist komplett unmarkiert und nicht ausgeschildert, also eigentlich mehr oder weniger Offroad, was ihr aber gleich sehen werdet. Wegfindung trotzdem nicht wirklich schwer. Franz und ich sind die schon ein paar Mal gegangen, damit es bestätigt, und das ist total easy zu finden. Die zweite Sache, die eher ein Hauptgrund ist, es hat ein oder zwei Kletterstellen, glaube ich, ich glaube maximal zwei sonst. Aber die eine erste Kletterstelle ist tatsächlich ein bisschen luftig. Die ist nicht schwer, das ist unterer erster Schwierigkeitsgrad, aber ein bisschen ausgesetzt. Das heißt, ihr könnt hier zum ersten Mal auschecken, ob ihr mit der Schwindelfreiheit, ob ihr mit dem Thema beim Klettern ein Problem habt oder nicht. Und wenn ihr bei der Stelle sofort merkt, dass das nicht geht, dann wisst ihr auch leider, dass es mit dem Hochgebirge nichts für euch ist. Also Freunde, Startpunkt für die Tour. Parkplatz Spitzing-Sattel, das seht ihr hinter mir. Und direkt an dem Sattel geht ja im Prinzip hier der sogenannte Trautweidenweg hoch zur oberen Firstalm und direkt an dem Anfang dieses Weges, hier rechts, findet ihr diesen kleinen Steig. Das ist der zum Brecherspitze Ostgrat. Den gehen wir jetzt auf. So, ganz kurze Strofensteigstufe war das. Und direkt danach haben wir die ersten 40 Höhenmeter auch schon geschafft. Und ihr seht jetzt hier, das Geländer beruhigt sich. Und das ist auch eigentlich jetzt hier die einzige Stelle, wo man ein bisschen schauen muss mit dem Weg. Hier sind im Prinzip mehrere Möglichkeiten, aber die Stoßrichtung ist ganz einfach. Irgendwie da drüber, nach ein paar hundert Metern findet ihr wieder den Steig dann. Ja, genau. Schneller Rückblick. Das war diese Stelle, wo es mehrere Möglichkeiten einen Weg gab. Aber ihr seht es jetzt dann hier an Franz auch. Er läuft schon vorweg. Also das ist einmal eine freie Pfadspur jetzt hier wieder erkennbar. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Also entgegen einiger Beschreibungen im Netz, die vielleicht sagen, dass die Wegfindung hier am Anfang, weil Offroad-Tour ein bisschen schwierig wäre. Nee, das stimmt nicht. Das ist eigentlich, wenn man nicht total blind ist, ist das absolut easy hier. Hier kommen wir jetzt zum ersten Mal so ein bisschen an die Kante vom Ostgrat. Mal kurz was zum ein bisschen hochschauen. Ja, nicht fallen. Und dann seht ihr jetzt, der Steig ist immer noch perfekt erkennbar, aber ab hier steilt es dann schon wieder ein bisschen auf dem Geländer. Ja, das Video kann es glaube ich gar nicht so rüberbringen, aber das ist schon ordentlich steil hier. Ist also schon ein bisschen was für die Trittsicherheit und zum Aufpassen. Gerade auch wie heute ist alles ein bisschen feucht und batzig noch. Ja, gibt es da einfach Obacht. So, und so langsam, aber sicher, seht ihr auch da oben, nähern wir uns jetzt den Felsen und der ersten Kletterstelle. So, halbe Stunde Gehzeit, 250 Höhenmeter und mir ist dann angekommen an der ersten Kletterstelle. Ich nenne es jetzt auch mal an der Schlüsselstelle. Die ist dann hier vorne. Das ist ein, ach vielleicht 5 Meter Wandel mit super, super guten Dritten und Griffen im ersten Schwierigkeitsgrad. Aber, wie schon bei der Einleitung erwähnt, ihr seht es ja, hier geht es zur Abwechslung mal tatsächlich ein bisschen runter. Auch da seht ihr direkt hinter der Stelle hier geht es senkrecht runter. Also, wirklich was für die Schwindelfreiheit. Wenn ihr an der Stelle merkt, dass das nichts für euch ist, überhaupt kein Problem. Ihr könnt den kompletten Weg, den Steig hier ohne Probleme wieder umdrehen und rückwärts runterlaufen. Da gibt es überhaupt keine Probleme. So, ich steig dann mal ein und der Franz schaut mal, ob er es aufs Video kriegt. Und das probieren wir mal. Also, genau. Ich setze hier noch super gute Dritte und Griffe und dann irgendwie jetzt hier halt über die Stelle drüber. Und wenn es geht, bitte nicht runterfallen. Ja, aber für Geübte eigentlich nicht wirklich ein Problem. So, und nach mir darf der Franz natürlich auch noch. Den seht ihr jetzt hier mal kurz. Schöner Blick übrigens hinten am Spitzingsee. Er hat den Weg mitten durchs Gebüsch gewählt, sein Traum. Ja, aber wie gesagt, ihr habt es jetzt gesehen an ihm und an mir. Das ist wirklich nicht ein Problem. Aber, ihr seht es hinten dran, es ist halt die Ausgesetztheit. Also, es geht wirklich bis ganz da runter zum Weg. Wenn man hier stürzen würde, würde man bis da runterfallen. Das sind halt mal locker 50, 60 Meter oder sowas. Das tut mindestens mal ziemlich weh. Also, hier einfach was für die Ausgesetztheit. Mal als Training. Wenn ihr aber hier merkt, dass ihr damit einwandfrei zurechtkommt. Ja, und nach der Schlüsselstelle jetzt geht es hier einfach wieder auf sehr gut erkennbarem Steig. Im Prinzip immer mehr oder weniger ein bisschen linksseitig dem Grat. Da drüben seht ihr auch, ich hoffe, man kann es auch in einem Video erkennen, da spickt drüben der Taubenstein. Ein bisschen aussehe. Verlinke ich euch mal oben, da habe ich jetzt auch ein Video gemacht. Da gibt es auch eine schöne Klettertour. Die ist natürlich ein Zacken schärfer, die geht bis in den dritten Schwierigkeitsgrad. Aber wenn es euch mal interessiert, wie sowas mit ein bisschen mehr Anspruch aussieht, schaut es da mal rein. Ja, ein bisschen ganz leichte Schrofenkletterei hat es hier natürlich auch noch ständig. Aber das ist im Verhältnis kaum der Rede wert. Das ist noch nicht mal so schwer wie am Leonhahnstein. Jetzt noch mal kurz, ein bisschen steiler. Ah ja, genau. Das seht ihr jetzt gleich bei mir im Video. Das ist hier die zweite kleine Schlüsselpassage. Ein bisschen eine Platte, über die man drüber muss auf Reibung. Ja, aber auch nicht wirklich schwer. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, dass das heute mit dem nassen Wetter alles spazig ist. Aber es schaut gut aus. Ich denke zumindest. Weil man die auch hier ein bisschen seitlich umgehen kann. Ja, jeder wie er mag. Und da gibt es auch einen guten Trip drin. Also es geht schon. Und dann der Franz nochmal an der Passagen. Der hat jetzt einen interessanten Weg gewählt. Nicht so wie ich. Ich habe den faulen genommen. So, und direkt nach der Platte geht es dann jetzt hier nochmal einmal nicht wirklich schwer. Aber auch hier ein bisschen ausgesetzt über diese Schrophenpassage. Einfach ein bisschen Obacht geben. Wir filmen uns gegenseitig beim Filmen. Ein Traum. Warte mal, ich gebe mir nochmal ein Stück fährig. Dann kann ich die filmen. Große Stufen sind das hier. So. Also Franz, was darfst du sagen? Ein schöner Sonntagnachmittagbeschäftigung, oder? Wunderbar. Na, schaut's mal. Dann mache ich hier nochmal einen schönen Einblick in diese Nordostflanke. Und ihr seht es ja, da oben ist das Gipfelkreuz. Man kann es schon fast packen. Geht nochmal ganz kurz ein bisschen durch die Latschen jetzt. Und dann war es das auch schon mit dem Ostgrad. Natürlich der kurze kleine Hinweis an der Stelle, das ist jetzt nicht unbedingt eine Tour nur für Einsteiger. Ihr könnt natürlich auch als erfahrene Bergsteiger die Tour machen, wenn ihr mal was Kurzes für Nachmittag oder für Feierabend wollt. Macht sehr viel Spaß. So, schöner Karpik, kurzer Latschenkampf. Und dann haben wir es. Hier hinter dem Franz steht auch nochmal ein bisschen Rückblick. Vom ganzen Grat bis da runter. Da seht ihr vielleicht diese kleinen Felszacken. Da war die Schlüsselstelle die erste. Hier haben wir nochmal ein bisschen Schrofen. Schönes Panorama im Hintergrund. Das hat man immer gerne auf dem Video. So, wir sind jetzt, könnt ihr mir glauben, fünf Meter vorm Kreuz. Da oben ist es. Man sieht es jetzt gar nicht. Der Weg darf jetzt eigentlich hier rumgehen in einer kleinen Kurve. Da rum. Wer mag, die sich nochmal austoben will, kann natürlich auch hier drüber klettern. Mache ich. Ihr kennt mich ja. Ja, aber das ist hier auch nur maximal. Oberer Einser. So, und schon hat man die Stelle. Genau, da seht ihr drüben am fremsten normalen Blick. Also Freunde. Gipfelkreuz, Brecherspitz haben wir geschafft. Das war er. Der kurze, knackige Ostgrad. Eine Stunde und ein paar zerquetschte Minuten haben wir laut Tracking jetzt vom Parkplatz hier hoch gebraucht. Also ihr seht, das ist nicht wirklich eine extrem umfangreiche Tour. Hat halt diese paar kurzen kleinen Kraxelstellen, die eine ausgesetzte. Wie gesagt, für alle, die mal das mit der Schwindelfreiheit in so einer Kletterstelle austesten wollen. Meiner Meinung nach perfekt geeignet. So, in der Hoffnung, dass der Wind mal eine Minute Ruhe gibt jetzt. Jetzt zeige ich euch mal nochmal kurz ein bisschen was jetzt hier auch vom Panorama. Ihr seht da zum Beispiel zum einen hier ein wunderschöner Blick runter Richtung Schliersee. Und da drüben zum Tegernsee. So, in der Theorie, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, da hinten, da ist so ein kleiner Zacken. Das sind Ross und Buchstein. Hier drüben haben wir den Blankenstein. Beide Videos verlinke ich auch mal kurz. Da haben wir auch schon Touren gemacht. So, dann geht es hier weiter. Sehr schön sieht man auch die beiden Schinder. Sonnenwendiger auch jetzt da drüben verbeckt sich leider etwas in den Wolken. Aber auf der anderen Seite haben wir noch einen schönen Blick rüber Richtung Eipelspitz, Taubstein, Ruchenköpfe, Rotwand. Ja, und natürlich den Voralpenklassiker Wendelstein. So, wir machen uns auch schon direkt wieder an den Abstieg. Ganz kurz für euch die verschiedenen Abstiegsoptionen, die ihr habt. Bitte nicht den gleichen Weg wieder zurück, zumindest nicht über diese Kletterstellen. Das würde ich euch nicht empfehlen oder besser gesagt sogar davon abraten. Da steht nicht umsonst, wenn ihr das geht, ein Warnschild, dass das gefährlich ist. Die Kletterstellen sind da doch, zumindest wenn man nicht sehr gut geübt ist, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja, aber Abstiegsoptionen gibt es ansonsten trotzdem genug. Ihr könnt entweder von der Brecherspitz aus den Nordgrat, müsste das sein, also das ist kein Grat, das ist wirklich ein reiner Wanderweg. Da ist keine Kletterstelle, nichts Drahtsalversichertes runter nach Neuhaus. Oder ihr könnt, was der Franz und ich machen, über den Westgrat Richtung Fürstalmen runter. Der Westgrat hat ein paar Drahtsalversicherte Stellen. Normalerweise auch einer der beiden Normalwege neben dem Nordanstieg hier, da denn viele Leute gehen und er doch auch nicht ohne ist, wurde der mit Drahtsalen entschärft. Ihr seht jetzt, ich habe übrigens diesen Westgrat, den der Franz und ich jetzt hier wieder absteigen, auf die Brecherspitze auch schon mal als Wintertour gemacht. Wenn es euch mal interessiert, den direkten Vergleich zu haben, wie der Sommer zu Winter ist, ich verlinke euch das Video oben. Schaut es da mal gerne rein, ist sehr interessant. So, dann geht es hier mal kurz ein bisschen Schrofen runter. So schaut es von unten aus. Genau, wenn der Franz pfeifen kann beim Gehen, dann kann es nicht so schwer sein. So, also hier noch ganz kurz für euch mal einen Überblick über die Drahtsalversicherte Passage. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ihr die anderen Touren aus meiner Playlist bisher schon gegangen seid, wenn ihr auch mit dem Ostgrat zurechtkommt, kein Problem habt, dann braucht ihr eigentlich im Normalfall hier dieses Seil nicht wirklich. Ich glaube, der Franz bestimmt auch der Meinung. Aber wirklich schwer ist das nicht. Ich kann euch aber sagen, das ist eine Stelle hier, da war ich im Winter tatsächlich sehr froh, dass dieses Seil hier gespannt war. Und dann einfach ganz locker weiter den Grat folgen. Also ein Rückblick auf die versicherte Westgrad Passage. Ja, also hier ist nochmal ein kurzes Stück, das ist vielleicht ein bisschen ausgesetzt. Aber auch nicht wirklich ein Problem. Das war's. Letzter kleiner Schrofflaufschwung. Und wir sind raus aus den Schwierigkeiten. Also Freunde, angekommen sind wir am Brecherspitz Westgipfel, glaube ich, heißt das Teil hier. Reine Gehzeit sagt das Tracking, eine Stunde zwanzig haben wir jetzt gebraucht. Ja, also viel weiter filmen werden wir jetzt, glaube ich, hier an der Stelle nicht, weil wir hartschen jetzt einfach noch da runter zu den Firstalmen und dann zurück zum Parkplatz. Ja, was gibt es zur Tour zu sagen? Eigentlich nicht so viel. Ihr habt alle Stellen gesehen. Meiner Meinung nach auch eine wunderschöne Einsteigertour aufgrund dieser einen etwas ausgesetzten Stelle. Da könnt ihr das Thema mit der Schwindelfreiheit mal ein bisschen auschecken, ob das für euch was ist oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass es was ist, dass ihr euch da weiterentwickelt, weil dafür mache ich diese Playlist ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mir gerne an Daumen da. Wenn ihr noch nicht genug habt von mir, wenn ihr mehr sehen wollt, ich verlinke auch am Ende noch ein paar Videos. Schaut es doch mal ein bisschen auf meinem Kanal rum. Da gibt es noch jede Menge schöne Touren zu entdecken. Und wir sagen beide Servus, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.